Aber die Tür ist verriegelt, hier komme ich nicht durch. Ich brauche einen Donut, ich brauche unbedingt einen Donut. Nur mit einem Donut kann ich nämlich mich stärken und ein bisschen Hustensaft. Ein Donut und Hustensaft, das ist die Mischung, die ich brauche, um Zombies zu besiegen. Oh, fuck it! Mr. Policeman! Ich muss unbedingt meinen Aim stärken. Und die müssen unbedingt lernen, was Headshots sind. Waren das fünf Kugeln, die ich jetzt in den reingehe? Oh, yo! Kumpel! Ich habe gesagt, ihr müsst lernen, was Headshots sind. Ich habe fickt noch eins! Hier. I. Verbinden. Kombinieren. Und jetzt habe ich hier super krasses Super-Weed. Und das ballere ich mir jetzt durch die Nase. Benutzen. Oh, oh! Geil! Ich fühle mich direkt frisch in der Hose. Ey! Fettsack! Die Süßigkeiten sind leer. Kein Snickers für dich! Gehirne! Und Snickers! Nein! Kein Snickers für dich, Bruder! Oh, sie macht Lärm und jetzt kommen wieder alle, oder? Klar, sie fällt einfach hier schön durchs Fenster. Ey, yo! Du bist aber hässlich. Ich habe dir genau ins Auge geschossen. Du lebst immer noch. Jetzt nicht mehr. Alter! Kommt da die Suppe raus! Meine Kinder. Snickers und allgemein zu viele Süßigkeiten machen nicht nur Fett, sondern auch zum Zombie. Werdet also bitte nicht wie der alte Jimmy, der hier unten auf dem Boden liegt. Dankeschön. Werkzeug benötige ich hierfür. Hier brauchen wir wieder einen Bass. Oh Gott! Du Bastard! Okay, was haben wir hier drüben? Andere Seite! Oh, shit! Bruder! Schön in die Titte geschossen! Oh, 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 alter! Hat jemand Gehirn bestellt, liegt auf dem Tresen. Ja, also 5 Kilo Gehirn zum Mitnehmen. Mh, yummy! Die leckere, gute Mischung machen nach Oma Quantums Spezialrezept. Mh, das ballert rein. Oh, das klatscht. Ah, der simuliert nur. Ich hab's gewusst. Der riecht doch den Schokoriegel in meiner Hose. Mit extra Nuss, aber den bekommst du nicht, Kumpel. So. Ich hab ihm gerade wirklich die Blend ins Maul geschoben. Unter den Duschen werde ich von Zombies berührt. Unter den Duschen. Er wird nicht nur masturbiert. Du da. Mhm. Ah ja. Oh, da wütet es aber dann schon. Rein! Oh, fuck ich. Mich doch, was? Ich soll mich doch ganz langsam bewegen. Langsamer geht nicht. Hust. Gönn dir doch mal eine Pause, Kumpel. Panisch! Shotgun-Munition. Weiter rennen. Scheiß aufschleichen. Oh, großer Gott. Sei offen. Oh, nein. Schlüssel. Oh, wie er springt. What the fuck? Mach zu. Oh. Oh. Oh ja. Oh Gott. Oh, heilige Scheiße. Oh Gott. Verfickt noch eins. Wenn's nur riesige Kakerlaken sind. Ah, komm. Das soll wieder rein. Schlaf weiter, Kumpel. Gott sei Dank hatte ich noch ein bisschen Shotgun-Munition, die auch... Woher kommen die denn alle? Alter, ich komm ja nicht mal... Ah. Guten Appetit. Scheiß Vieh. Wo bleibt das Boom? So. Ich hab die Wände mit Hund tapeziert. Alter, wir sind in der Polizeistation. Schießstand. Oh Gott, die gibt's ja auch noch. Oh Gott, was ist hier denn drin? Hab ich ganz vergessen. Wir lassen dich gar nicht erst rein, Kumpel. Ha. Ausgesperrt. Loser. Deine Mama hat dich nicht lieb. Oh fuck. Das hat sein großer Bruder gehört. Haben wir mal einen... Alles klar. No. No way. Der Hausmeister ist tot. Oh Gott, von oben. Oh kacke. Und soweit ich weiß, können wir hier durch. Angenehmere Weg. Oh no, 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 no. Oh. Bitte. Bitte, mein Freund. Das interessiert den Null. Du sportlicher Bastard im Trenchcoat. Komm schon, 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 komm schon. Mr. Big ist hinter mir her. Und macht mir das Leben schwer. Mr. Big. Ich sag nur, fick dich. Fick dich, Mr. Big. So, hier komm ich nicht raus, weil mir fehlt der Schlüssel. Ah, ich dachte, mir wäre schon hier drüben im Raum. Das bin ja nur ich, der hässliche Mann. Wer ist der hässliche Mann, Mama? Das bin ich. Du weißt, wie eng der Gang hier ist, oder? Mr. T. Fick dich doch, Mr. T. Oh Gott. Och, echt jetzt. Och, echt jetzt. Lady. Nein. Nein. Ich brauche mein Spray. Ich brauche mein Spray. Ich brauche mein Deo. Wow, mein Inventar sieht gut aus. Ich besitze weniger als nichts. So mag ich das. Genau so mag ich das. Komm schon, Alter. Das gibt er jetzt nicht. Das stirbt durch Mikrobellenstrahlung. Ich scanne dich tot. Oh Gott. Verfickt noch eins. Ich habe nicht die Kombination. Ach stimmt, wir können noch eins safe öffnen. Oh. So, warte mal. Oh mein Gott. Die Scheiße. What the hell? Oh. Holy shit. Igitt. Ich meine, ich stehe ja auf geile Weiber, aber ihr seid irgendwie nicht geil. Obwohl, die sahen auch relativ frisch aus. Im Gegensatz zu der hier. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich hätte die erste genommen. Sonst noch irgendwas. Wir wollen 3F, ne? 3F. Stimmt. Oh. Geht das jetzt wieder los? Ich dachte, wir wären durch, Kumpel. Ich bin so leise, Alter. Ich bin so leise. Ich will hier raus. Raus, raus, weg. Nie wieder. Nie wieder hin. Jetzt geht es wieder runter in die Kanalisation. Dort unten, wo es nach Scheiße stinkt und die Zombies Liebe machen. Beides sehr, sehr schreckliche Dinge. Ich will Zombies nicht beim Liebe machen sehen. Und ich will auch dabei nicht den Geruch von Blut und Scheiß in der Nase haben. Geht auch so eine richtige Fick-mich-Position, oder? Oh yeah, Baby. Dead Booty. Auch Zombies haben Gefühle und wollen ein bisschen Liebe. Ey, die Lady da drüben will, dass ich sie knalle. Und was willst du, Süßer? Jetzt besitze ich zwei Messerchen. Heilung wäre gut. Wow! Holy shit, Bruder! Ah, ekelhaft. Die Dinger bewegen sich wie... Pflanzen-Planzen-Penisse. Oh Gott! Oh fuck you! Oh fuck, zwei von denen! Kommt jetzt Mr. Mother-Effing-T? Oh fuck you, Mr. T! Oh fuck you, Zombie! Fahr zur Hölle! Oh what? Achtung, Zombie! Achtung! Achtung! Was gibt es hier so schönes? Gang! Sieben Minuten und... No! Warum, Alter? Such dir doch mal ein Hobby, du Idiot! Deswegen lass jetzt mal eine Bewertung da. Für den alten Onkel Kies. Das klingt immer so pedo. Onkel Kies. Hallo liebe Kinder. Lasst mal eine Bewertung da. Für den alten Onkel Kies. Tschüss!